Hallo und herzlich willkommen liebe Minecraft Freunde zu diesem neuen Video. Heute ist es Minecraft Adventure. Ich habe eine Adventure Map zugeschickt bekommen von Ralf999. Der hat sie für mich gebaut, oder eher gesagt für Minecraft LP und ich spiele sie heute einfach mal. Ja, die Story ist, wir wachen in einem kleinen Haus auf und ich frage mich wo ich bin. Okay, ja jetzt freue ich mich wirklich. Da ist ein Block. Was hat dieser Block da zu suchen? Da ist Clay. Na, erstmal die Regeln. Spiele auf Peaceful. Habe ich auf... Ja, habe ich. Ich habe auf Peaceful. Okay, weiter geht's. Particles habe ich auf All, das ist immer so. Ich darf nichts abbauen außer Clay, das ist ja schön. Mein Score sind Dias, das ist auch toll. Und die wichtigste Regel ist, hab Spaß. Okay, werde ich haben, hoffentlich. Was ist in der Kiste? Zwei Diamanten schon mal und der Anfang von Ralf999. Wir schauen einfach mal rein. Du. Wo bin ich? Wo ist mein Dorf? Was passiert hier? Oder ist das nur ein Traum? Ich glaube, es wäre besser rauszugehen, mein Dorf zu suchen. Fertig. Okay, suchen wir mal unser Dorf. Buch lasse ich mal hier, ich brauche es ja nicht. Da haben wir aber noch Clay, was wir mal abbauen können. Falls ihr mir auch noch mehr bauen wollt oder irgendetwas zuschicken wollt. E-Mail-Adresse ist minecorp.gmx.de Ähm, ja, E-Mail-Adresse steht da nochmal in der Beschreibung. Und, oh, Regenbogen. Und Wasser. Okay. Zzt. Du bist also aufgewacht. Zzt. Zzt. Also guten Morgen, Testobjekt 165. Irgendwo erkenne ich sowas. Ich glaube, das war... Welche Map war das? Da wurde auch sowas mit Testobjekten genommen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Egal. Zzt. Dieser Test ist ziemlich sim... Ziemlich. Ziemlich simpel. Wir wollen testen, ob du wasserempfindlich bist. Zzt. Okay, dann testen wir das einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich wasserempfindlich bin. Und da ist Clay. Clay. Diamanten. Meine. Mua. Mein Clay. Ja, wie gesagt, könnt ihr mir einfach zuschicken. Sollten aber nicht zu lang sein. Also so, ja, sagen wir höchstens Viertelstunde, 20 Minuten. Was mache ich denn für ein Mist? Ich kann nicht mal sprinten oder springen. Was ist mit mir los? Nochmal. Ja, äh, es tut mir leid, dass in der letzten Zeit so wenig Minecraft-Videos kommen. Aber ich habe eben, weil ich jetzt auch arbeite und meine Ausbildung mache, nicht wirklich viel Zeit. Und das war scheiße. Sowas mag ich nicht. Wenn man dann einen Knopf hat, drückt man drauf und dann muss man auch um die Ecke springen. Aber egal. Ja, eben. Ich bin bei der Ausbildung, habe dann deswegen nicht so viel Zeit. Am Wochenende fixiere ich mich darauf, dass ich... Boah. Dass ich 13 aufnehme. Ähm, falls ihr das Let's Play noch nicht gesehen habt oder nicht wisst, was 13 ist, schaut es euch einfach mal an. Ich finde, es lohnt sich. Ach, jetzt bin ich durchgekommen. Safe Chest. Mein Ton ist ganz wichtig. Der muss darin gesichert werden. Du darfst nachmachen. Okay, machen wir da einfach mal nach. Hä? Achso. Ja, falsch. Dann sollte ich auch auf Midnight gehen. Jetzt können wir schlafen. Wir schlafen einfach mal die Nacht durch, damit es wieder Tag ist. Wir sind ausgeschlafen. Waserempfindlich, also nicht dann wohl Lava-empfindlich. Ach, ey, der ist genau der gleiche Raum. Ist da unten wieder Clay? Ne, aber hier sind Leitern. Wozu sind die Leitern? Ich will was ausprobieren. Nein, da ist kein Clay. Ich dachte schon, dass da auch Clay wäre. Hier rüber, hier rüber und dann das gleiche wie beim anderen, im anderen Raum und hier rüber. So. Und ich wette, ich verkacke hier wieder. Das war klar. Schaffe ich es? Nein. Schaffe ich eh nicht. Also bringt es gar nicht, erst da hinzulaufen. Aber wir haben uns ja hier in Safe gesetzt. Das ist ja schön. Also ja, ich habe nicht wirklich viel Zeit jetzt mehr zum Aufnehmen und alles. Das ist jetzt hier auch nur, weil ich heute mal Zeit habe und die heute zugeschickt bekommen habe, die Map, dachte ich mir, ich spiele sie mal. Achso, da steht gar nichts dran. Okay. Sie haben den Test gut gemeistert. Aber jetzt kommt der nächste Test. Ach, wirklich? Nach einem Test kommt der nächste. Okay. Clay. Mein Clay. Uh, Dias. Ich hoffe, am Ende steht, wie viel Dias man bekommen kann. Zzt, Bowling, zzt. Oh, die zzt nervt, aber ich will das irgendwie aussprechen. Aber egal. So, da muss ich rein. Dürft ja nicht so schwer sein. Ach, achso, nee. Ach, da sind drei Türen und drei Sachen muss ich machen. Treffe den Schlitz. Zzt. Ach. Das habe ich mir vorgestellt. Ein Redstone-Tutorial. Falls ihr nicht wisst, wie das ist. Link tue ich in die Schreibung, wenn ich dran denke. Das ist dann der Block und oben ist dann ein Pressureplate drauf und das ist dann besser. Zzt. Hier geht es um Geschwindigkeit. Zzt. Okay. Hab doch schon einen Bogen. Doch genug Pfeile. Praktisch. Das ist geil. Dazu muss ich sagen, die Idee ist cool. Was steht da drauf? Zzt. Renn so schnell wie es geht. Zzt. Ähm. Ich bin jetzt einfach mal so dreist. Da sind Pfeile drin, ne? Warum tun die mehr weh? Sie tun mir doch nicht weh. Ja, ich bin ja auf Peaceful und auf Peaceful tun Dispenser nicht mehr weh. Also machen keinen Schaden mehr. Aber ich kann ja trotzdem einfach nur durchführen. Boah. Die habe ich nur gesehen aus dem Augenwinkel. Da war eine Pressureplate. Ach, nö. Jetzt habe ich noch Schwäche und Verlangsamung. Ehrlich. Da will ich jetzt eigentlich nicht drauf gehen. Weil ich denke, ich stört es irgendwie ab oder so. Aber ich mache es trotzdem. Super nett ist das. Ehrlich. Ich trick sie aus. Hallo? Warum geht das nicht? Jetzt geht es. Okay. Druckplatte ausgetrickst. Und weiter geht es. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir es schon haben. Aber egal. Ja, falls ihr mir Maps schicken wollt. Oder generell an Minecraft.bp. Dann sollten die so 10, 20 Minuten. Also sage ich mal mindestens 7 Minuten, 7,5 Minuten oder so lang sein. Und höchstens sagen wir mal 20 Minuten. Weil sonst brauche ich Stunden, bis ich die hochlade. Weil ich habe eine scheiß Internetleitung. Aber egal. Dann fahren wir doch mal Minecraft. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo Clay? Nö, 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 nö. Ach, schon da. Hä? Ach, ach so, da. Du hast es geschafft. Danke fürs... Spielen? Das war es schon. Hey, da ist unser Haus. Okay, wenn es das schon war, dann lese ich mir weiter. Und wenn es dir gefallen hat, dann spiel doch auch den zweiten Teil, der natürlich länger sein wird. Das ist schon mal gut. Aber noch in Planung ist. Das ist schon mal nicht so gut. Aber egal. Ich werde ihn spielen, wenn du mir zuschickst. Auf jeden Fall. Es wird Zeit für die TNT-Note. Okay, ja. Wenn ihr Maps 2 schickt und nur Note wollt, schreibt es am Ende hin, so wie hier. Wenn nicht, dann sage ich nur dazu was und baue keine. Also, ich mache... Ja, was mache ich denn für Noten? 1, 2, 3 oder ABC? Ähm. Hier ist nichts. Okay. Ähm. Ja, was mache ich für Noten? Uh. Obsidian, Eisenspitzhacke, Eisenbärm und Brot. Ja, ich brauche es gerade nicht. Egal. Ich wollte es trotzdem haben. Ja. Ja. Ähm. Bauen wir doch mal... Also, ich denke mal so, ich mache von A bis E. Oder A... Ja doch, A bis E. A ist das Beste, E dann natürlich das Schlechteste. Und diese Map... Ja, ich muss leider sagen, sie ist etwas kurz. Aber dafür, dass es die erste Map und auch deine erste Map ist, glaube ich, kriegst du auch ein... Ein, ein, ein. Äh, gleich bin ich fertig, gleich bin ich fertig. Ein C. Ein gutes C. Warte. Es ist wirklich ein gutes C. Also, muss da noch... Das hin. Ein plus. So. Du bekommst ein C plus. Ich fand die Map gar nicht so schlecht. Ähm... Schreib mal in die Kommentare, ob du diese Map freigeben willst. Also, ich meine, jetzt Reif 999. Wenn du sie freigeben willst, dann lade ich sie bei, äh, Mediafire hoch und schreib, äh, und tu einen Download-Link in die Beschreibung. Äh, was ich auch noch sagen wollte, wenn ihr mir eine Map schicken wollt, alles nur wenn, wenn nicht, dann interessiert es euch eigentlich nicht, aber egal. Wenn ihr mir eine Map schicken wollt, äh, Download-Link entweder per E-Mail. Oder wenn die Map nicht zu groß ist, auch per E-Mail einfach schicken. Einfach in meincorp.gmx.de. Link ist nochmal in der Videobeschreibung. Und ja, ich stelle mich hier rein. Sag dann... Habe ich noch? Ich habe Blöcke. Mache ich das anders. Sillian explodiert zwar nicht, aber es geht besser. Ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Video. Ich weiß ja doch, das nächste Video, was kommen wird, wird ein 13-Let's-Play sein, am Freitag. Dieses Video müsste am Donnerstag kommen, am 4.10. glaube ich. Ja, müsste eigentlich online sein. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao. Ah, 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 ah. Das ist aber lang gedauert. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe das überlebt? Warum habe ich das überlebt? Bekommt man kein Schaden mehr durch TNT? Ähm. Äh. Ich bin doof. Ich kann mich noch nicht mal selber mit TNT in die Luft sprengen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Das war's.